Siehst mich? Siehst mich? Siehst mich? Gut. Liebe Damen und Herren, ich zeige Ihnen einmal hier diese Umgebung mit allem Bruch und Brand, mit allem, was Sie noch nie gesehen haben. Zum einen sehen wir hier dieses Schild Zu- und Abfahrt von 12 Uhr bis 4.30 Uhr nicht erlaubt. Das heißt für Sie von 22 Uhr bis 4.30 Uhr ist es nicht erlaubt, hier rein zu kommen. Das gilt also praktisch nur für diejenigen, die wirklich keine Zeit haben, sich anderen Orten zu nähern. Achso, Sie verstehen, wie ich meine. Na gut, machen wir weiter. So, da kommen wir nähen uns jetzt dem Ort, wo Mordle, Mama möchte ich mal sagen, immer ihren Eintritt nimmt. Da vorne gehst du doch immer rein, gell? Wo jetzt sind Sie? Mhm. Ja, genau. Und wenn wir rein gehen, um die WLAN-Wacke zu putzen, zu reinigen, ne? Das muss ja sein. Okay. 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 Und wenn es so ist, um die Nacht zu ruhen, um die Nacht zu ruhen, Ah! Street Fighter! Liebe Damen und Herren, heute möchte ich Ihnen einmal Föhringen vorstellen. Föhringen mit seinen neuesten technischen Errungenschaften, mit seinen neuesten technischen Dingen. Und was geht uns da näher? Ich muss mal die Kamera kurz putzen. Was geht uns da näher, als dass wir sagen, Föhringen, du bist unser Eins, Föhringen, wir brauchen dich. Was liegt uns da näher, als zu sagen, warum gibt es kein zweites Föhringen? Es gibt ein zweites Föhringen, nämlich in Baden-Württemberg. Wir hier sind nämlich das bayerische Föhringen, wie Sie wissen, oder wie Sie wissen sollten. Und jetzt wissen Sie es eben, jetzt wissen Sie es, liebe Damen und Herren, jetzt wissen Sie es. Okay, kommen Sie mit. Ja, Föhringen hat natürlich viele wunderschöne Dinge zu bieten. Die haben wir leider schon verpasst. Nein. Eines haben Sie aber jetzt schon gesehen. Ein wahrer Zeichen von Föhringen in Bayern ist, dass die Wielandwerke dort ansässig sind. Und ein weiteres Wortmach ist die Friedensstube. Die Stube des Friedens. Dort herrscht der Friede ungebrochen und ungealtert. Die Friedensstube. Jetzt sind wir langsam auf dem Weg. Jetzt sind wir langsam auf dem Weg Richtung Bahnhof, wo wir ja hinwollen. Liebe Amter, da wollen wir ja hin. Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir erwarten Ihren Anruf. Bis grad. Wir erwarten Ihren Anruf. Aber rufen Sie nicht zu spät an. Dann sind wir schon im Bett. So, lass mich mal weitergehen, Mulle. Das ist ein regnerischer Tag, wie Sie sehen. Nicht gerade ein Tag zum Feiern. Aber in einer Woche, lieber Dant. In einer Woche ist es soweit. Das heißt, in sechs Tagen, genauer gesagt. Da heiraten nämlich Carmen Wannen machen. Ja, ja. Schon die Carmen Wannen machen. Sie wissen schon, von wem ich rede. Ich bin jetzt so nah hier. Ich kriege jetzt ein paar Stück drauf. Ja, fahr halt zurück mit dem Zoom. Ich war doch schon ganz zurück. Da kommst du immer näher. Ich bin doch schon ganz zurück. Da I love so much. Ja. Kommen Sie bitte näher. Kommen Sie bitte näher. Woher sind Sie doch auch nicht so weit weg gewesen. Das kann man nicht einschätzen, so leicht. Du darfst ja dauernd hin und her fahren, weißt du, Mulle. Du musst ja einmal ein fahren und halten und dann möglichst am besten zurückfahren. Ganz zurück. Aber jetzt mach ich ihn nicht mal. Das war halt der Wetter. Wann hören wir jetzt auf? Jetzt filmst du mal wieder. Ja, okay. Gib hin. Oh Gott, die ist ja schon voll nass wieder. Okay.